Hallo und herzlich willkommen zu den Local Events für den Dezember 2013. Ihr seht es schon an meiner wunderschönen Mütze. Wir gehen auf die letzten Tage des Jahres zu. Weihnachten ist gerade vorbei. Und wir möchten euch jetzt ein paar cool Events ans Herz legen für die letzten Tage des Dezembers. Das erste Event, das wir euch ans Herz legen wollen, ist das Phantom der Oper in der Rheingorthalle Mainz. Das Ganze könnt ihr am 30.12. ab 20 Uhr dort sehen. Wenn ihr auf die geile Mucke aus den 90ern steht, dann geht doch einfach am 28.12. ins Kutz. Da ist nämlich Ü30-90er Party und dann kann man schön zu Rhythm is a Dancer und Co. abfeiern. Viel Spaß dabei! Am 27.12. könnt ihr im Kulturclub schon schön abfeiern und zwar auf die Lasting-Lautstark-Party. DJ Kotter legt alles auf von Indie über Alternative. Also viel Spaß beim Feiern! Wenn ihr ein bisschen mehr über Mainz erfahren wollt und einen Rundgang machen wollt, dann empfehlen wir euch das Goldene Mainz und seine Sehenswürdigkeiten. Am 21. wie am 28. Dezember könnt ihr von 14 bis 16 Uhr daran teilnehmen. Die Preise sind wie folgt. Erwachsene 7 Euro, Schüler 4 Euro und Rentner 6 Euro. Viel Spaß beim Erkunden von Mainz! Der 31.12. ist wahrscheinlich die wichtigste Nacht des ganzen Jahres, denn es ist Silvester und dafür braucht ihr richtig coole Tipps. Wir haben euch mal drei rausgesucht. Als erstes das SWR Neujahrskonzert. Das ist eher was, wenn ihr es ein bisschen gediegener mögt. Schöne klassische Musik mit Stücken von Giuseppe Verdi. Dann haben wir noch für euch Silvester im Hyatt. Da gibt es ein 5-Gänge-Menü und sogar Livemusik. Und wenn ihr einen schönen Ausblick wollt, dann geht einfach auf das Hofgut Laubenheimer Höhe. Dort gibt es einen Panoramablick. Ihr könnt also das Feuerwerk am schönsten sehen. Viel Spaß euch! Tja, das war es schon wieder mit unserer kleinen gemütlichen Sendung. Ihr wisst ja, die Weihnachtszeit ist die Zeit der Nächstenliebe. Deswegen haben mich meine Kollegen auch gezwungen, diese unglaublich dämliche Mütze aufzutragen. Ich halte es aber mit dem deutschen Grundgesetz und sage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und verabschiede mich. Bis ins nächste Jahr! Bis zum nächsten Mal!